hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen filmchen bei mix it easy bei steffi also mit mir heute gibt es ein tolles schnelles dessert deswegen heißt das auch blitz erdbeer dessert das rezept findet ihr bei cookie do und das möchte ich jetzt mit euch zusammen machen als blitz erdbeer schoko dessert wir brauchen eine schokolade mit erdbeer stückchen drin da gibt es ja eine ganz bekannte begliebte marke da habe ich hier ein paar längs geschnittene die sind zur dekoration also wir brauchen zehn stück obwohl in einer packung acht stück drin sind fand ich dann auch ein bisschen doof deswegen habe ich einfach noch ein bisschen hatte so ein paar dünne zartbitter schoko täfelchen die habe ich einfach dann genommen und werde jetzt fünf im endeffekt also ich habe jetzt vier von diesen jogurette selbst bezahlt selbst gekauft und bezahlte werbung und ein paar schoko täfelchen mit reingegeben ihr könnt aber auch nicht mehr nehmen das ist im endeffekt total egal jetzt merke ich wieder ich habe mein spartelchen wo ist mein geliebter das brauche ich immer so eine sekunde auf sie da wird richtig die post abgeben jetzt hier noch mal auf denn die zerkleinerte schokolade müssen wir jetzt umfüllen und das sieht so aus bisschen unterschieben und dann raus damit schokolade kommt zur seite jetzt kommt der rühraufsatz den hatte ich in den kühlschrank gestellt mit der so ein bisschen kalt ist und jetzt kommt 200 gramm sahne die man natürlich auch bis jetzt gerade noch im kühlschrank dann funktioniert das auch alles ganz wunderbar jetzt noch mal deckel drauf ach nee der zucker kommt noch ein 20 gramm vanillezucker klappt aber auch wunderbar ohne wenn ihr ungesüßte saame lieber mögt von daher also messbecher in den mixtopfdeckel einsetzen weil es könnte ordentlich spritzen und jetzt wird keine zeit eingestellt der man sahne schlagen ist es so dass jeder hersteller oder sagen wir mal dass jede sahne von unterschiedlichen herstellern unterschiedlich lange braucht deshalb kann man keine zeiteinstellung machen wir drehen auf stufe drei und am anfang kann man hören dann macht die sahne immer noch so gut wenn das ein gleichmäßiges geräusch ist und man hört dass da nichts großartig flüssiges mehr drin ist dann sollte man mal stoppen und mal nachgucken bei mir ist jetzt 1 14 also eine minute 14 ich schiebe jetzt mal ein bisschen von der sahne die hier oben hochgerutscht ist wieder runter mach das noch mal kurz an und dann müsste eigentlich auch gut sein das sollte ich vielleicht mal ein bisschen näher hier hinstellen zum jetzigen zeitpunkt kann man auch reingucken weil flüssig ist es ja nicht mehr von daher kann man das gut ich zeige euch das jetzt mal so sieht das also aus es sind ja noch ein paar schoko stückchen drin von daher sind das die kleine stückchen die noch hier drin sind weiter ach so mager quark genau mager quark steht jetzt hier den hat sich vorhin schon abgewogen mager quark geben wir neben das messer und schauen mal was er jetzt noch braucht so wieder den deckel mit dem messbecher rein und lassen das für sechs sekunden auf drei miteinander vermischen jetzt den rühraufsatz raus nehmen zerkleinerte jogurette dazu jetzt schiebe ich aber erstmal alles wieder hier runter das sieht auf jeden fall schon mal sehr gut aus mal gespannt das sieht sehr klumpelig aus vielleicht hätte ich die schokolade vorher auch noch im kühlschrank lassen sollen die lag aber draußen ich denke mal dann wäre das mit dem zerkleinern ein bisschen vorteilhafter gewesen wenn die gekühlt gewesen äh moment zerkleinerte jogurette habe ich ach jetzt kommen auch noch die erdbeeren rein 150 gramm erdbeeren in kleinen stücken ich habe da gerade noch ein bisschen zucker drüber gemacht ich mag das gerne süß es ist einfach ja ich weiß es ist einfach es ist einfach ein laster bei mir mit dem zucker so ach das wird mit dem spartel umgerührt ok ich hätte jetzt gedacht das wird eventuell hier umgerührt aber nein das sieht schon das gefällt mir aber schon mal sehr gut wenn man das mal so sagen kann ja das ist ja schon mal sehr lecker das ist schon mal ein köstlicher anblick würde ich mal sagen das wird jetzt einfach in die sehr schädchen gegeben ich habe mir jetzt einfach hier meine kleinen schädchen die ich habe von amperchef damals noch die elfen genommen werde das jetzt mal hier eingeben und dann mal schön mit übrigen erdbeeren noch dekorieren das zeige ich euch dann gleich so es ist vollbracht ich habe ein paar schöne fotos gemacht und jetzt wird natürlich probiert das rezept hat nur ein haken es ist nur für so kleine gläschen gedacht also wer gerne so was ist so wie ich dem würde ich empfehlen auf jeden fall mindestens die doppelte menge zu machen so fangen wir mal mit der schokolade an sehr gut aber jetzt kommen wir zum interessenten teil nämlich zu der quark sahne creme mit schokolade und erdbeeren und es ist einfach granate mal richtig gut vielleicht sollte ich das noch ein bisschen kühlen weil gekühlt schmeckt das immer noch besser aber das schmeckt schon sensationell finde ich eine richtig tolle rezept idee vielen dank liebes cookie du für deine tollen rezept inspirationen immer schade dass ich gleich meine portion schon aufgegessen habe also das ist richtig was feines und wie gesagt beim nächsten mal mache ich mindestens die doppelte menge wenn nicht sogar noch mehr weil in so einem paket quark sind 500 gramm drin da könnte ich auch die dreifache menge machen dann ist das genau genau unsere menge die wir hier brauchen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe das ist eine inspiration für euch ich finde es eine richtig tolle rezept idee optisch natürlich klar mit roten erdbeeren ich finde das ist immer was tolles fürs auge und diese kombination halt auch mit ein bisschen schokolade finde ich auch richtig toll die schmarotzer stehen hier schon wieder rum kriegen aber nichts das ist nur für uns ich freue mich richtig drauf und bin gespannt was die anderen nachher sagen wenn sie nach hause kommen vielen dank fürs zuschauen und ich hoffe ihr macht das nach und ich würde mich natürlich auch freuen wenn ich dazu ein bisschen resonanz von euch bekomme wie ihr vielleicht wisst ihr findet mich auf facebook ein bisschen intensiver aktiv bin ich inzwischen bei instagram was ich nicht gedacht hätte früher aber das mit den stories finde ich eine ganz tolle sache da könnt ihr auch mal so ein bisschen an meinem alltag teilnehmen hier mit unserer menschen und hunde großfamilie von daher ja da findet ihr mich also auch ja dann nochmals vielen dank fürs zuschauen bleibt gesund und munter ich hoffe wir sehen uns ganz bald wieder ich drücke euch ganz fest ich habe euch lieb und ich danke euch dass ihr immer so fleißig bei mir zuschaut das sind jetzt mittlerweile über zehn jahre die ich hier aktiv bin und ich finde das ist schon ja das finde ich schon eine tolle sache daran sieht man mit herz und seele brenne ich für meinen geliebten thermomix und ja ich hoffe ihr auch vielen dank und bis bald schmarotzer 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 ganz viele ganz viele schmarotzer kommt da noch einer wo ist der kleine schmarotzer da ist noch einer so ist das hier guck w o o o o o o o Vielen Dank.